Mit dem Microsoft Planner kannst du ganz einfach Aufgaben und Projekte aus deinem Team organisieren. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie der Planner optimal funktioniert und welche konkreten Tipps wir dafür empfehlen. Viel Spaß damit, los geht's! Die erste Frage lautet ja, was ist der Planner und wann nutze ich dieses Tool? Denn der Planner ist nur eins von mehreren Tools bei Microsoft 365, mit denen ich meine Aufgaben und Projekte organisieren kann. Aber starten wir mal mit dem Schaubild ganz links. Da steht Outlook und To-Do und die beiden Tools sind für das persönliche Aufgabenmanagement gedacht. Die Aufgaben in Outlook und To-Do sind dabei identisch. Es sind nur zwei verschiedene Oberflächen, über die ich meine persönliche Aufgabenliste verwalten kann. Die To-Do-App nutzt man dann aber auch hauptsächlich auf den Mobilgeräten, um auch dort auf die Aufgaben zugreifen zu können. Und ein weiterer Vorteil ist auch die Planner-Integration, also die Planner-Integration in To-Do, dass ich Aufgaben, die mir in Planner zugewiesen sind, auch in To-Do in meiner persönlichen Aufgabenliste anzeigen kann. Aber das schauen wir uns noch später im Video genauer an. Dann kommt jetzt in der Mitte der Planner. Hier geht es um Aufgaben im Team. Darum geht es heute im Video. Also der Planner ist wirklich für das Aufgabenmanagement im Team entwickelt worden. Dort kann ich an Kollegen Aufgaben delegieren, also zuweisen. Dort kann ich den Fortschritt der Aufgaben im Blick behalten und so weiter. Und das ist das einzige Tool bei Microsoft 365, in dem man mit mehreren Personen so richtig zusammenarbeiten kann. Als dritten Block haben wir dann noch Microsoft Project in zwei verschiedenen Varianten. Dort geht es weniger um operative Arbeit mit Aufgaben, sondern um richtiges Projektmanagement. Das ist dann schon ein Tool für Projektmanager, die große und komplexe Projekte mit Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben, mit einem kritischen Pfad und so weiter organisieren wollen, inklusive Ressourcenplanung und Budgetplanung. Wenn das interessiert, dazu haben wir ein eigenes Tutorial auf unserem Kanal veröffentlicht, das wir gerne hier im Video auch verlinken. Wir haben in unserer YouTube-Community kurz die Frage gestellt, arbeitest du schon mit dem Planner? Und über 800 Personen haben bei der Abstimmung teilgenommen. 24% sagen, ja, ich arbeite mit dem Planner. 13% sagen, nein, aber ich habe es geplant. 12% sagen, das Tool kommt für mich nicht in Frage. Und immerhin 50% sagen, was ist denn der Planner? Das habe ich ja noch gar nie gehört. Und das, obwohl wir bei unserem Kanal sicher eine sehr Microsoft 365-affine Community haben. Das heißt, viele kennen den Planner noch gar nicht. Deshalb würde ich mal sagen, wir schauen uns auf jeden Fall den Planner heute genauer an. Und da stellt sich ja die Frage, zumindest bei den 50% hier, die sagen, das habe ich noch gar nie gehört. Wie bekomme ich eigentlich den Planner? Und die Antwort, ich brauche dazu erstmal eine passende Microsoft 365-Lizenz, zum Beispiel eine Business- oder eine Enterprise-Lizenz von Microsoft. Und dann kann ich zum Beispiel über den Browser darauf zugreifen. Hier bei office.com gibt es hier den Planner oder genauer gesagt die Planner-Web-App. Dann kann ich im Browser arbeiten oder ich kann den Planner auch direkt in Microsoft Teams nutzen. Wir schauen uns heute beides an und starten mit Microsoft Teams. Der zentrale Ort für die Zusammenarbeit im Team ist Microsoft Teams. Daher wird der Planner auch meistens direkt in Teams verwendet. Mal ein Praxisbeispiel. Unser Buch, erfolgreich digital zusammenarbeiten, ist beispielsweise komplett remote über Teams entstanden. Und da haben wir den Planner als Tool für die Zusammenarbeit verwendet. Ich zeige euch das Ganze mal. Also wir hatten ein Team hier für das Buch. Und im Kanal allgemein hatten wir ein Planner-Board hier bei den Aufgaben. Man sieht, man kann hier eigene Spalten anlegen in so einem Planner-Board. Zum Beispiel haben wir für die Kapitel hier, Kapitel 1, 2, 3 jeweils eine Spalte angelegt. In den Spalten haben wir dann die Aufgaben gesammelt, die zu erledigen waren. Und man sieht hier auch, dass die Aufgaben im Prinzip alle abgearbeitet sind. Die Erledigten sind ausgeblendet. Wir können sie aber nochmal anzeigen und einmal so eine Aufgabe öffnen, die schon erledigt ist. Hier zum Beispiel. Genau. Also in diesem Planner-Board haben über zehn Personen gemeinsam zusammengearbeitet, die Aufgaben für das Buch erledigt haben. Und wir haben in diesem Beispiel auch hier die Bezeichnungen benutzt hier als Art Prozessablauf. Da gab es eine Bezeichnung, wird getextet, also so ein einzelnes Kapitel. Dann gab es dann eine Korrekturschleife als nächsten Prozessschritt. Dann Druckreif, dann in InDesign anlegen und so weiter. Also die Prozessschritte haben wir hier über diese Bezeichnungen erledigt. Dann haben wir hier noch eine Checkliste genutzt, wer muss was machen, wer hat schon gelesen und so weiter. Wir haben die einzelnen Texte, die Buchkapitel hier auf SharePoint gespeichert mit den Aufgaben verknüpft, dass man direkt aus der Aufgabe darauf zugreifen konnte. Wir haben in den Aufgaben, hier kann man Kommentare hinterlassen, haben dann noch eine Diskussion gehabt zum Teil zu den Kapiteln. Und so haben wir das alles in dem Plannerboard, ist das ganze Buch entstanden. Aber jetzt erst mal der Reihe nach. Wie gehen wir vor, wenn wir den Planner von Anfang an nutzen wollen? Also, wir brauchen erst mal ein passendes Team. Ich nutze mal bei uns die Verwaltung. Und alle, die Zugriff auf dieses Team haben, können später auch auf das Plannerboard zugreifen. Jetzt wählen wir einen passenden Kanal in dem Team. Ich nutze mal hier unseren Kanal Digitalisierung. Und jetzt können wir hier oben über das Pluszeichen eine neue Registerkarte hinzufügen. Und dort können wir den Planner auswählen. Ich kann einfach hier über die Suche zum Beispiel mal nach Planner suchen. Und Achtung, früher hieß das Tool einfach nur Planner, aber das wurde von Microsoft inzwischen umbenannt und nennt sich inzwischen Tasks von Planner und To-Do. Deswegen, wenn da vorne Tasks steht, nicht verwirren lassen. Das ist das Richtige. So, wir können jetzt entweder einen neuen Plan erstellen, den auch umbenennen oder einen vorhandenen Plan dieses Teams verwenden. Wir wollen aber einen neuen Plan erstellen und nennen den einmal Aufgaben und dann Online-Marketing. Speichern das Ganze. Und jetzt ist der Plannerplan schon erstellt und ist hier über den Kanal hier oben erreichbar. Jetzt haben wir als erstes mal die Möglichkeit, dass wir, wie wir es schon in dem Buch-Team gerade gesehen haben, dass wir hier oben für den Planner-Board verschiedene Spalten anlegen können. Und da es ja um Online-Marketing geht, machen wir mal hier, die blenden wir um und sagen, die erste Spalte heißt Webseite. Wir machen mal hier einfach die verschiedenen Arbeitsbereiche aus dem Online-Marketing. Hier das zweite Bucket. Bucket ist einfach für Spalten. Das nennen wir mal YouTube. Wir wollen einen YouTube-Kanal erstellen. Und das dritte Bucket nennen wir hier mal Facebook. Hier kann man genauso auch Projektphasen anlegen oder Buchkapitel anlegen oder Abteilungen. Irgendwie eben eine Möglichkeit, unser Aufgaben-Board in verschiedene Spalten aufzuteilen, um irgendeine Struktur in die Aufgaben hineinzubekommen. Da kann man hier sehr individuell die Spalten benennen. So, die Buckets sind erstellt und jetzt können wir mal die ersten Aufgaben anlegen, einfach indem wir hier auf einer Spalte sagen, Aufgabe hinzufügen. Die Aufgabe braucht drei Dinge. Erstmal natürlich einen Namen. Zum Beispiel bei der Webseite wollen wir einen Relaunch planen. So, also den Aufgabenbetreff, dann ein Fälligkeitsdatum, wann muss das erledigt sein. Zum Beispiel nächsten Donnerstag und dann wer kümmert sich darum. Und jetzt kann ich hier Personen auswählen, die einfach hier Zugriff haben auf unser Team. Also, ich wähle mal mich selber aus hier. Okay, Aufgabe hinzufügen. So, wir haben die erste Aufgabe hinzugefügt und damit das Ganze sich noch etwas füllt, werde ich noch ein paar weitere Aufgaben jetzt hinzufügen. So, nun haben wir ein paar Aufgaben hier erstellt. Und man sieht, ich kann die Aufgaben erstellen, indem ich einfach direkt im Bucket hier auf Aufgabe hinzufügen klicke. Okay, wenn ich aber vielleicht mich vertan habe, kann ich auch die Aufgaben jederzeit zwischen den Spalten, den Buckets verschieben und hier einfach nehmen und auf eine andere Spalte ziehen. Das ist überhaupt kein Problem und geht sehr einfach. Und wenn wir jetzt mal eine Aufgabe hier konkret öffnen, Relaunch planen, dann sehen wir, dass wir hier noch viel mehr Möglichkeiten haben, als nur den Betreff der Aufgabe, den Bearbeit und das Datum. Wir können hier mit Bezeichnungen arbeiten. Das haben wir schon beim Buchplan gesehen, dass es hier verschiedene Farben gibt und Bezeichnungen. Die können wir umbenennen. Da kann man so dann sozusagen mit Prozessschritten arbeiten und so weiter zum Beispiel. Dann haben wir auch hier die Möglichkeit, das Bucket zu wechseln. Wir können hier den Statusaufgabe ändern in nicht begonnen, in Arbeit erledigt. Wir können die Priorität wechseln. Wir können Notizen hinterlassen. Wir können eine Checkliste verwenden, die wir dann abarbeiten können hier. Die wird hier auf der Karte angezeigt. Das sehen wir. Wir können das aber auch deaktivieren. Dann wird es auf der Karte nicht angezeigt in der Übersicht. Wir können das hier dann abhaken. Dann sehen wir hier, 4 von 7 sind bereits abgehakt oder erledigt. Wir können hier Anlagen hinzufügen aus SharePoint, die hier in SharePoint gespeichert sind. Wir können Kommentare eingeben und hier diskutieren. Also wir haben hier ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten noch, die Aufgabe mit weiteren Angaben anzureichern. Es gibt aber nicht nur hier diese Ansichten nach Buckets, also nach Spalten. Wir haben noch weitere Ansichten, die wir verwenden können. Wir haben zum Beispiel eine Listenansicht hier. Da können wir hier zum Beispiel auch sortieren, nach irgendwelchen Spalten. Wir haben dann, wie gesagt, die Bordansicht. Wir haben eine Diagrammansicht. Die ist vielleicht eher für den Projektleiter. Da kann man hier so ein paar Dinge sehen, wie, wie ist denn der Status? Hier 9 Aufgaben sind nicht begonnen. Also wenn wir hier mal eine Aufgabe beginnen, zum Beispiel in Arbeit. Oder wenn wir hier schon mal eine Aufgabe abhaken als erledigt. Und dann nochmal schauen hier. Dann sehen wir, okay, 7 Aufgaben sind nicht begonnen. Eine ist in Arbeit, eine ist erledigt. Wie ist denn die Verteilung in den Buckets von den Aufgaben? Die Priorität, wer hat denn hier die meisten Aufgaben und so weiter? Also wie ist die Auslastung der Mitarbeiter? Also hier eher vielleicht für den Projektleiter in der Ansicht, die Diagrammansicht. Und dann haben wir noch den Zeitplan. Im Zeitplan sehen wir, wann sind denn die einzelnen Aufgaben in den nächsten Tagen und Wochen geplant. Ich kann aber auch in allen Ansichten, ich gehe nochmal in die Bordansicht, noch entsprechend filtern, gruppieren und so weiter, indem ich sage, okay, gib mir zum Beispiel mal nur die Aufgaben von Marcel Miller vielleicht. Und jetzt werden mir nur meine Aufgaben hier angezeigt. Wir löschen den Filter wieder. Und wir können aber auch zum Beispiel jetzt einfach das Ganze irgendwie anders gruppieren und sagen, gruppiere uns das hier mal nach Status vielleicht. Dann sehen wir nicht begonnen, aber erledigt so ein klassisches Kanban-Board. Also offen in Arbeit erledigt. Oder wir können auch vielleicht nach Fälligkeit das Ganze hier mal kopieren. Was ist alles nächste Woche fällig? Was ist dann später? Also man sieht, hier hat man sehr viele Möglichkeiten, sich die Aufgaben anzeigen zu lassen. Ich lösche das Ganze mal wieder hier und mache das nach Buckets. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, hier Aufgaben anzulegen, uns auch die Aufgaben anzeigen zu lassen, um hier in dem Projekt das einfach schön abzubilden. Wenn wir mal links auf die Seitenleiste bei Team schauen, im Hauptmenü fällt uns auf, hier gibt es auch eine App Tasks von Planner und To-Do. Wer das noch nicht hat, kann das auch über die drei Punkte hier und über die Suchfunktion finden und dann anheften. Aber hier im Hauptmenü Tasks von Planner und To-Do. Was ist das? Hier wurden alle meine Aufgaben zentral an einer Stelle gesammelt. Hier oben erstmal, das sind jetzt mehrere Listen, habe ich mal meine Aufgaben aus Outlook oder aus To-Do, also meinen ganzen persönlichen Aufgaben, wie sie auch in Outlook und in To-Do angezeigt wurden. Dann habe ich hier unten eine Liste mir zugewiesen. Und hier habe ich jetzt alle Aufgaben aus den verschiedensten Plannerboards. Das sind die vier Aufgaben, die wir gerade eben erstellt haben. Hier sehen wir die Quelle, alle aus unserem Digitalisierungsteam und aus dem Plannerboard Aufgaben Online Marketing. Und wenn ich jetzt noch Aufgaben aus anderen Plannerboards hätte, dann wurden die auch hier in dieser Liste mir zugewiesen aufgeführt. Und der Vorteil ist, ich kann jetzt hier alle Aufgaben an einer Stelle anschauen, zum Beispiel in der Liste geplant. Hier waren jetzt die Aufgaben aus der Aufgabenliste, also aus Outlook und aus der Plannerliste zusammengeführt. Da sehen wir hier die Quelle, Tasks und hier ein Plannerboard. Und wurden je nach Datum sortiert. Und ich kann hier meine Aufgaben nach Datum sortiert anzeigen und abarbeiten. Das ist relativ eine schöne Sache hier, weil ich hier eben auch auf alle meine verschiedenen Plannerboards direkt an einer Stelle zugreifen kann und nicht über die einzelnen Teams und Kanäle gehen muss. Dasselbe oder zumindest so ähnlich können wir das auch über Microsoft To-Do machen. Ich öffne mal hier Microsoft To-Do. Das habe ich ja am Anfang des Videos schon kurz erwähnt. Und auch hier haben wir die Aufgaben, die wir gerade schon gesehen haben, die wir auch in Outlook haben. Und auch hier gibt es eine Liste mir zugewiesen. Auch hier tauchen dann in To-Do die Planneraufgaben auf. Ich sehe hier Aufgaben Online-Marketing. Wenn man eine öffnen, kann ich die auch in Teams öffnen und so weiter. Und auch hier gibt es eine Liste geplant, wo quasi die persönlichen Aufgaben und die Planneraufgaben aus den Plannerboards zusammengeführt wurden auf einer Liste und nach Fälligkeitsdatum sortiert wurden. Und das sehen wir auch hier. Hier ist die Quelle Aufgaben, also Outlook. Und hier ist dann die Quelle Aufgaben Online-Marketing, also eine Planneraufgabe. Und so kann man eben dann die persönliche Aufgabenliste und die Planneraufgaben zusammenführen. Wie am Anfang schon erwähnt, kann ich den Planner nicht nur innerhalb von Teams nutzen, sondern auch im Web. Dazu rufe ich ganz einfach office.com auf und gehe hier auf alle Apps. Und dann habe ich hier den Planner oder auch hier an der Stelle und kann die Plannerweb-App im Browser öffnen. Und hier habe ich jetzt im Prinzip drei Möglichkeiten. Ich kann auch hier einen neuen Plan anlegen. Ich kann hier im Plannerhub sehen, alle Pläne, auf die ich Zugriff habe, mit denen ich arbeiten kann. Und ich kann als drittes auch noch die Aufgaben in allen Plänen sehen, die mir zugewiesen sind. In dem Fall sind es nur die vier von vorher. Wir öffnen mal einen Plan, den wir gerade angelegt haben. Aufgaben Online-Marketing. Und das sieht ganz ähnlich aus wie auch in Teams. Wir können hier auch ganz ähnlich arbeiten, Aufgaben hinzufügen, neue Aufgaben anlegen, Aufgaben bearbeiten und so weiter. Und wann macht das Sinn? Planner im Web zu nutzen. Hier gibt es so ein paar Dinge, die in Teams nicht funktionieren. Entweder, wenn ich eben nicht in Teams arbeiten will oder wenn ich gewisse administrative Anpassungen vornehmen will. Beispielsweise, wenn ich den Namen des Plans ändern möchte, kann ich hier mal den Namen ändern. Ich kann hier auch einen Hintergrund verwenden für den Plan. Ich kann auch den Plan hier löschen. So Dinge funktionieren am einfachsten hier in der Web-App, was ich auch noch machen kann. Ich kann hier neue Mitglieder hinzufügen. Am einfachsten macht man das wirklich, indem man das Team anpasst über Teams, weil wir das ja hier den Plan in Teams nutzen. Aber in Einzelfällen kann man auch hier mal das übersteuern und hier einzelne Mitglieder hinzufügen. Und auch noch eine Funktion, die immer wieder gerne benutzt wird und wo manche fragen, geht das vielleicht? Muss ich jedes Mal einen neuen Plan anlegen? Wenn ich zum Beispiel immer wieder ähnliche Projekte habe? Nein, dann kann ich mir einmal quasi ein Template bauen und das wieder kopieren und das geht auch nur hier in der Web-App, indem ich dann in meinem Template, wenn das ein Template wäre, auf die drei Punkte hier gehe und sage, okay, jetzt hier Plan kopieren und jetzt kann ich mir hier meine Vorlagen, Plannerboard kopieren und sagen, okay, wo brauche ich das und so weiter und kann das dann in einem anderen Team zum Beispiel verwenden. In den allermeisten Fällen macht es aber im Alltag sicher Sinn, mit dem Planner direkt in Teams zu arbeiten. Und man sieht, Planner ist ein schönes Tool. Das kann eine echte Bereicherung sein im Unternehmen für die Teamarbeit. Und wenn du jetzt sagst, das ist ja alles toll, aber ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Es gibt so viele Tools für meine Aufgaben Outlook, To-Do, Planner Project. Dann haben wir noch ein Video produziert, in dem wir genau diese Frage nochmal ausführlicher erklären. Wir verlinken es dir hier im Video. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Planner Tutorial gefallen und geholfen hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.